Abshin Abshin Du kannst dein ganzes Leben lang probieren, deine Technik zu verbessern. Aber etwas Bleibendes schaffst du nur, wenn es dir gelingt, deine eigene Sprache zu finden. Dann beginnst du mit anderen zu kommunizieren. Eins zu sein. Tanz kann praktisch alles sein. Ein Winken zum Abschied. Ein Niederknien zum Beten. Oder auch deine Faust, die du reckst, weil du an etwas glaubst. Das hast du mir gezeigt. Das ist ein Winken zum Abschied. 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 Ich habe keinen Winken zum Abschied. Und der hat mich sehr ausgaware, dass dies sein wird zu sein. K fantasieren. Ich habe keinen Winken zum Abschied. Ich werde heute mit dem Gedanken auf eine K lovesseleiche und arränneren sich. Du bist zum Abschied. Ich beseishEL — Untertitelung ab 20.04.2021 Sag mir, Afshin, hast du eine Geschichte? Leute, ich hab ne Idee. Ich mach ne Tanzgruppe auf. Eine Untergrund-Tanz-Kompanie. Ist mal was anderes. Wenn man euch erwischt, geht ihr ins Gefängnis. Ich will, dass wir unser Leben selbst bestimmen. Ich will einen Raum für uns allein, wo etwas entsteht. Ohne Regeln. Wie machen wir es? Wir müssen es geheim halten. Wir brauchen nur einen abgeschiedenen Raum, wo keiner hinkommt. Es ist perfekt. Also, das ist die Tanzgruppe? Schon gut. Niemand sonst weiß es. Kann ich vortanzen? Das Regime, es erwürgt uns. Wir ersticken. Ihr wart auf der Demo, ja? Ja. Dann bist du ein unglaublicher Rast. Es ist Zeit für den Wandel. Wir müssen Stellung beziehen. Hey! Afshin, Tanz kann alles sein. Selbst deine Faust, die du reckst, weil du an etwas glaubst. Das hast du mir gezeigt. Es ist nicht genug. Wir müssen auftreten. Vor Publikum. Es ist gut für uns hier drin zu üben, aber wofür? Ich meine, wozu tanzen, wenn uns keiner sieht? Und wo würden wir auftreten vor Publikum? Du bist ein wundervoller Tänzer, weißt du das? Gib es mir nie auf. Ich bin in Lebensgefahr. Wenn sie deinen Namen haben, finden sie dich auch. Ich weiß. Wir können in die Wüste gehen, spüren, wie es ist, atmen zu können. Und wenn es nur für Verstunden ist, nur für einen Moment, das ist alles, was ich will. Ich bin in Lebensgefahr.